jo leute was geht cranky gaming ist back auf youtube und wir kommen zu einem weiteren video hier bei uns auf dem kanal an dieser stelle bedanke ich mich erstmal für 55 nein entschuldigung 56 abonnenten ihr seid einfach richtig krass ja leute wir spielen heute eine runde gta 5 wie man sieht geht ja online bei mir ist noch der max ja und wir spielen runde last team standing auf whirlpool 2 und wir werden falls euch wundert falls euch wundert ich bin nebenbei am stream und ich bin durch die map durch den lino nochmal schönen grüße gehen raus an dich lino bin ich auf diese map bekommen und schreibt jetzt gerade einer wann kommt das video online ich denke manche wird das video heute nacht hochladen das heißt morgen ist das video oben oben sein und ja ich hoffe das video gefällt euch und ihr müsst es natürlich genießen wissen ja nein mein teammate rück mich verhalte das war voll knapp mein teammate ist voll auf mich drauf gefahren also so meine richtung gefahren oh gott oh gott ich war ja die kann der ich gerade fahre übel heute ihr seht heute das gameplay von max allerdings ich habe mir die anmoderation gemacht kennt daher mittlerweile bei mir und es kommt nein nicht darunter fall und es wird jetzt auch wieder formel 1 kommen lade ich auch denke ich am morgen oder übermorgen hoch habt ihr schon gesehen ich habe mal eine runde online extra hochgeladen ich konnte ja in letzter zeit nicht hochladen allerdings mit der playstation nicht gestimmt hat aber mittlerweile funktioniert es halt wieder nein 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 ich bin genau hinterher gerutscht ich bin gefiecht wieder auf dem boden knallt nico du kannst die dinge ins einsammeln wir können hier hoch schießen ja ja oder wir können die anderen leute abknallen ich bin nicht gestorben alles stimmt ich habe der panzer gekauft ist also wie gesagt ich bin nebenbei am stream und deshalb nicht wundern wenn manchmal oben rechts in der ecke ein kleines zeichen vom stream kommt nein wenn du aufnimmst wird das eh nicht angezeigt mag sicher die nordselbstmord begangen ja wir haben leider verloren jetzt weil nico und ich rona gefallen sind falls ihr alter einer von unserem team ja ok es ist ja auch weg also wir spielen nico und ich spiele moment nur und der lino guckt gerade den what the fuck der das überlebt habe ich vorhin auch ok wir sind nicht so weit geflogen muss ich dazu sagen den stream die anderen alle kennen wir nicht und deshalb nicht wundern wir zocken einfach gerade wenn wir wissen wenn man die lobby gejointed schweizweise weil der der liebe lino uns eingeladen hat so sind mich und ich habe dann noch den nachdem nico eingeladen wir spielen machen schon dort wir können ja gerne rausspringen aber kein problem mit machen wir gerne das muss ich mir machen wir spielen keine ahnung ich weiß wie viele der gute lino eingestellt hat was ich auch nicht jetzt auf jeden fall ein geiler eine geile map muss ich sagen auch diese arbeit die dahinter steckt das ist schon ziemlich krass also ich habe mal versucht selber nur ein rennen rennen herzustellen und selbst sagt ist nicht leicht so mit rammen und sonst was das ist schon relativ schwer muss ich sagen entschuldigung dass meine stimme so komisch ist ich bin erkältet runden ja mehrere runden aber wie viele runden lino ich hab den brawler diesmal genommen kommt rück runter ja nice nico schön erstes unten kacke nico alder du hast mich was runtergerückt ja habe ich gesehen mein teammate was machst du teammate ach du kacke da war das knapp den hole ich mir jetzt ja zum lück habe ich an dieser kante gemacht also wäre ich locker runtergeflogen also die karen rutschen so schnell weg und ich bin so hart am schwitzen alter übel alter nein ich bin rausgesprungen man muss vier runden gewinnen hat er in den stream geschrieben die ganze karte ist sowas von normal back to the bottom mal direkt eine andere karriere schauen wir mal dem liegen neben nico zu falls ihr euch fragt wann das 50 abo special kommt das kommt jetzt bald weil wir haben wir wollen die nächsten zwei drei tagen ja wir wollen zu müssen also jetzt entweder dieses oder nächstes wochenende weil in der woche können können wir manchmal schlecht wegen schule und alles nico nicht runterfallen noch zwei gegner sind das einer drückte nach unten raus geht besser als nach oben ja merke ich gerade auch da habe ich mir sagen guck mal da ich bin einfach raus nico natürlich mit angucken oder wie du fällst auch wenn du das nicht alter wieso behinderter dj kummer alter wie viel blut macht er den so richtig schwer wenn ich haben alle fahren sich so umzugucken achte mal wo der eine steht richtiger bullshit man alter der eine hier unten steht da drin und steigt ja jetzt heruntergefallen tot kacke alter wenn er jetzt darauf stehen geblieben wäre wo sind unsere andere team mit da ist wieder max weg haben schlüssel richtig richtig also ich weiß den ganzen tag am stream und ich muss sagen nochmal grüße gehen raus an alle die die uns heute gefollert haben es lief heute richtig gut muss ich echt sagen war ein schöner stream habe ich riesig gefreut für euch zu stream ich war zwar nicht die ganze zeit dabei war ich noch ziemlich verpennt war heute morgen aber ich zog jetzt so drei vier stunden locker schon oder 45 ist schon mal ist muss ich sagen also ich glaube ich schon seit elf stunden irgendwie sowas glaube ich digger springe einfach runter ist Wir haben gewonnen, ne? Der hat sich auf das Auto gestellt und das war nicht in der Zone. 10.000, Alter. Alter, du kriegst richtig viel Geld bei dem Job. Halleluja. Falls gleich eine komische, hässliche Stimme reinkommt, plötzlich, dann wisst ihr, das ist der Andi. Der Lobby. Der Lobby. Ich hab dir doch gestern gesagt, wie ich den eingespeichert hab, oder? Nein. Hast du nicht? Bist wohl, Junge. Hast du nicht. Hast du echt nicht, Alter. Dann erzähl ich dir gleich, nach der Aufnahme. Kann man gleich zu zweit in ein Auto steigen? Wir nehmen die ganze Runde auf, Teddy. Oh, naja. Ich hab Lino runtergeschubst. Lino. Haha. Ich hab Lino einfach hier runtergeschubst. Helf mir mal. Du, Otto. Das ist voll komisch, wenn die Gegner eine rote Schrift haben, aber ein blaues Auto. Ja, Alter. Boah, da will mich einer aber richtig, Alter. Der will mich aber... Der will mich richtig, Alter. Nein! Boah. Richtig knapp manchmal. Alter. Ach, wo der eine hängt, Alter. Du rutschst manchmal richtig krass weg, Alter. Also, das 50-Abo-Special kommt auf jeden Fall in den nächsten... Spätestens nächstes Wochenende wird das kommen. Weil wir wollen da schon so ein bisschen... Arbeit reinstecken für euch. Ja, ja, ich lebe noch. Ich lebe auch noch, Alter. Ey, ich bin froh, aber sicher muss ich mal ne Karre mal wechseln. Nein! Alter. Digga, nein, Alter. Ich bin aus Versehen wie die blaue Scheiße gefahren, Alter. Das langsam wird aber knapp. Wie viele Teammates haben wir noch? Naja, gut, 5, die anderen noch noch 2. Wir nehmen uns aber trotzdem ganz schön auseinander. Ja, übel, Alter. Komm, Lino, mach'n platt. Toll, Digga, ich bin gestorben in so'n Huge. Komm, Schieb! Komm, Schieb! 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 Ach, du mal, ich zieh, ich schieb hier mit dem Lino die ganze Zeit. Nein! Lass uns entwischt. Ich muss eigentlich auch mal meine Karre wechseln, Alter. Ich will mir da ganz, ganz hinten. Jetzt schreibe ich einen, Faruna. Komm, Gib Goos! Gib Goos! So, Leute. Damit ihr natürlich nichts verpasst, auch wenn wir mal nicht aufnehmen, folgt uns dann... Sorry für den kleinen Cut gerade. Da waren die 15 Minuten wieder um... Naja, auf jeden Fall Links zu Twitch und Instagram, damit ihr auf jeden Fall, auf wirklich auf jeden Fall, gar nichts von uns verpasst. Folgt uns natürlich auf dieser Social Media Seite, Instagram und auf Twitch. Ich bin nämlich gerade am Stream, wie ihr eventuell am Anfang mitbekommen habt. Und ja, war ein ziemlich lustiger Stream heute, muss ich euch sagen. Ich streame ja noch bis, weiß ich nicht, wie lange ich noch heute stream. Wenn ihr Lust habt, ich schreibe, ich schlade immer ein Video hoch oder der Team Olet oder die Nico, je nachdem, ist egal wer. Wir laden ein Video hoch von dem Spiel, welches wir gerade am Stream sind. Und jetzt falle ich hundertprozentig runter. Oh mein Gott, wie ich hier hänge, Nico, achte. Ja, ich leh' da. Nee, ich fahr' nicht weiter, Alter. Ich fahr' ganz sicherlich nicht weiter. Nein, scheiße. Tschüss. Digga, du fällst sogar ganz runter. Ja, Alter. Springen wir nicht raus, Alter, springen wir nicht raus. So. Überlebt ja dann auch noch. Go, get back to the action. Ja, natürlich. Get back to the action. Weißt du, was ich eigentlich gleich mal mache, Alter, wenn irgendeiner rumsteht? Eigentlich sollten wir die Runde jetzt locker gewinnen. Bei mir ist Zeitung. Ja, nice, schön. Easy, Alter. So, zweite Runde gewonnen. Wir müssen vier Runden gewinnen. Laut dem lieben Lino. Wie viele Runden haben wir jetzt gewonnen? Zwei. Ja, okay. Falls ihr euch gefragt habt, dass wir immer noch kein Intro haben, das wird in den nächsten paar Folgen da sein. Wir sind immer noch dran, dann fertigzustellen. Deshalb wundert euch nicht. Ich hoffe trotzdem, euch wird das gefallen. Ich will den Bencher eigentlich nicht nehmen, ey. Alter, mein Team... Mein Teammate fällt mich einfach fast um. Komm, Nico, ich nehme den Sandking, Alter. Weil ich komm. Basti, dank für dein Follow, willkommen bei den Crankys. Ey, Soldats! Du alle Flatterfotze! Du hast vergessen, Jung. Haha, Lappen. Nein! Nein, ich bin so dumm, ich wollte... Der hat bei mir geleckt, der Hurensohn. Ich kriege keinen Schaden, weil er mit den Reifen nicht über mich drüber fährt. Ey, Digga, wie ihr schweckt! Tot, Mann! Bullshit! Es hat bei mir gerade so geleckt, ne, der Typ stand da, dann bin ich ausgestiegen, wollte den, ähm... ...mich der Machete totkloppen. Hier, der, der jetzt gerade hochgekommen ist, Nico. Und dem Sandking. Der hat bei mir so hart geleckt. Alter, war das knapp. Alter, war das knapp. Hast du das gesehen, Alter? Ja, ja, hab ich. Bist du schon weggepfeffert, Alter? Ja, ja. Der Typ, der Typ hat bei mir doch mega geleckt hier in dem Sandking. Ach so. Der stand da, der stand da, damit ich ausgestiegen wollte, den da rausziehen und mit der Machete kaputt kloppen. Und dann auf einmal war der auf mir drauf. Tschau. Tschau, tschau. Teddy. Doch, dat sagt man sehr wohl. Auf YouTube. Dat sagt man? Hat ja keiner mitbekommen. Hat den. Nein, Lino ist da und... Wie der Teammate einfach gegen dich fährt, Alter. Vollidiot. Richtiger Köttel. Richtiger Köttel. Jetzt fährst du so auf den... Nein, unser Teammate geht fliegen. Ah, er geht auch fliegen. Warte, ein Köttel. Warte, ein Köttel. Ey, ich glaub, der ist auf die... Liegt der immer noch? Egal. Er kommt hoch, pass auf. Das ist der letzte, der oben ist, Nico. Soweit ich weiß. Tschüss. Alter. Ey, was? Was er für ein Lack hat. Was er für der Zollack, ne? Oh mein Gott. Oh, Junge, der Ding rutscht. Ja, genau, Digga. Ich fährst einfach nur auf zwei Reifen. Was machst du denn da? Ich will den Typen abfangen. Und was ist mit dem Teammate? Kann ich mir auch heute nochmal helfen? Nein. Mit dem Gesicht sicherlich nicht. Ich meine, auch die Geräusche rauskommt, ne? Ja. Mit dem Gesicht sicherlich nicht. Eins mehr eins. Nico, eins gegen eins. Ja, ja. Das Auto von dem ist einfach kaputt. Fahr, fahr dem einfach... Ramm den einfach ein bisschen und fahr dem die ganze Zeit hinterher. Irgendwann muss er sein Auto wechseln. Und versuche nicht runterzufallen. War dein Auto. Ja, 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 ja. Stell dich einfach irgendwo oben hin, Nico. Ne, hier nicht. Hier fällt so runter. Oben, da, wo wir gespawnt sind. Abla aber, guck doch hier. Oder so. So, euch noch einmal gewinnen, dann sind wir die Sieger der Herzen. Ne, dann sind wir deutscher Meister sind einfach... Mann, Spaß. Schon wieder 10.000, ne? Nicht mehr normal, Alter. Ich bin so am sweaten, Alter. Ist voll schmüdert, wetter, ne? Ja. Müder. Boah. Boah. Komm, dazwischen war jetzt auch nochmal eben. Diesmal nämlich den Sand King. Als erster hier, zack. Ab in den Ring. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bring den weg. Ja, nice, schön. Der eine ist weg. Eben hier, wie heißt er? Eben hier gucken, Alter. Nate. Dovk. Haben wir überhaupt noch einen Gegner? Ja, einen. Der legt sich gerade mit dem Lino an. Mit dem Lino legt sich keiner an. Nur ich darf das. Lino. Schön. Nein. Ich muss mich auch opfern. Ich gehe noch auf ihn drauf. Reich. Nice. Guck mal, ich stehe einfach hier unten. Nico, komm mir oben drauf. Ich bin auch auf dem Dach, ne? Ziemlich un-actionreich jetzt gerade die paar Sekunden. Können wir ein bisschen hier drauf rumkloppen. Weißt du, weil ich habe eine bessere Idee. Ich gehe jetzt hier oben in eine schicke Panzerfaust. Ich gehe jetzt hier oben in eine schicke Panzerfaust. Gewonnen, ganz gediegen, gewonnen. So, Leute. Nice. Einfach 42.000. Was? 42.000. Ich würde sagen, für den Gewinn, Alter, schon mal ein Däumchen nach oben, Alter. Ja, würde ich auch sagen. Boah, alle aber echt geiles Last Team Standing, muss ich euch sagen. Ja, also hat mir auch übel gut gefallen. Das war mal wieder ein bisschen abwechslungsreich, anstatt immer nur World Reds oder sonst was. Genau, genau. Ja. Ziemlich geiles Last Team Standing. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Daumen ein Video nach oben, wie der Nigo immer so schön sagt. Ja, genau. Prügelt den Like-Button behindert. Lasst einen Kommentar da, wir würden uns freuen. Wenn ihr den Channel natürlich noch nicht abonniert habt, tut dies. Wir freuen uns... Wir haben natürlich komplett kostenlos. Natürlich komplett kostenlos. Magst du schon auch für Feiermodus? Wir freuen uns über jedes einzelne Follow. Auch natürlich freuen wir uns über die bis jetzigen 56 Abonnenten. Nochmal danke dafür. Nochmal Grüße gehen raus an alle, die... Ja, links zu Instagram und Twitch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nico aus Zunowa zu melden. Ja, ich würde mich dann auch noch gerne verabschieden. Haut rein und holt, ich würde nur noch sagen. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.